So, wir sind wieder zurück im Dungeon und ich hab mal nachgelesen, es scheint nicht wirklich zu gehen. Also, das gleich wie aus dem Dungeon rauszuschmeißen ins Partnerareal rein. Leider. Ähm, wie, haben wir keinen Platz mehr oder warum sind wir gerade nur aufs Bett und draufgetreten? Ne, hätte ich das mal ge- Wir haben einen Gensing mit einem Pirsif-Shark? Pirsif-Shark heißt das ja so. Ähm, wir rüsten den einfach mal aus, schützt vor Vergiftung. Das Problem ist jetzt, das Viech hat 50 Kp, wenn mir das jetzt Belebersamen verbraucht, dann... Ich hab bestimmt eh in dem Inventar, mindestens. Das Problem ist, hätten wir keinen Belebersamen und würde das Viech sterben. So lautet, ähm, die... Ähm, also so sagt unser tolles Buch uns, dass es dann nicht mal mehr dem Team beitritt. Also, selbst dann wird's nicht. Ja, ich weiß, wir haben keinen Platz für diesen ganzen Müll. Ähm, was waren eigentlich unsere Missionsziele? Bah, die Steuerung! Alter, wie kann denn eine Menüsteuerung so schwer sein für mich? Drei, vier, fünf, okay. Immer nur retten. Und es wäre auch nichts Mögliches achten. Lustig wird's dann erst, wenn in einem Dungeon Wasser oder Lava oder so kommt. Und wir einen Pokémon retten müssen, was über Wasser oder Lava gehen kann, wir aber nicht. Das heißt, es kann auch über... Durchs Wasser und durch die Lava gehen. Und wir können ewig danach suchen. Lustig. Ich weiß. Das wird sich später dann erledigen, weil... Hehe. Ja. Das weiß ich. Das wisst ihr noch nicht. Oder wenn ihr das gespielt habt, dann wisst ihr das auch. Aber es wird lustig. Ja, Tarnhill gefunden. Ja, Tarnhill. Ist gut. Was ist denn? Nein. Wir möchten weiter. Nein. Och. Nein. Ja. Es wird bestimmt nochmal passieren, dass ich das Falsche mache und wir rausgehen. Ähm. Ich will die eigentlich mitnehmen, ne? Ach, ich hätte diesen Ginseng-Scheiß oder so lagern sollen. Wechsel. Das ist 20, ist wirklich wenig, muss ich sagen. Noch ne Sine. Oh Mann, wir brauchen halt jetzt. Ähm. Wir haben noch einen Plosiv-Samen, den braucht keine Sau. Wechsel. So, Ebene 3 hatten wir, Ebene 4, muss man was retten. Das ist immer noch ne Sine-Bär. Och. Äh, nur. Langsam wird's hart. Oh, haben wir ne Menge Sine? Ich würd's sagen, es reicht einfach erstmal. Wir lagern die dann später erstmal ein. Ja, das können wir erst recht nicht mitnehmen. Wenn wir hier so einen Blebersamen finden, dann wär ich froh. Na, Geld geht auch. Moment mal, wir müssen hier was retten. Ich weiß noch nicht, aber es wird mir bestimmt hunderttausendmal oder so passieren, dass ich, äh, vergesse, was wir machen müssen. So, wir haben erstmal unseren Magen gefüllt. Schlafsamen ist eigentlich gar nicht schlecht. Vor allem, wenn wir kein Pokémon im Team haben, was nen, ähm, Schlaf-Move von sich kann. Ähm, wie macht man hier nochmal das, äh, mit Start, genau. Achtung, Pikachu hinter dir. Oh, war schon tot. Achtung, Pikachu hinter dir immer noch. Oh, ja. Weil Schlaf eigentlich sehr effektiv ist, zumindest im Nachfolger. Ja, man mag denken, ich hab den Nachfolger mehr gespielt, ich weiß es aber gar nicht. Hier war ich auf jeden Fall schon ziemlich weit im Endgame. In diesem Spiel, im Nachfolger, nie wirklich. Ähm, die Mission wurde erfüllt, möchtest du den dann wieder? Nein, wir haben noch eine Mission. Ja. Okay, hier war die Treppe. Ja, das, das ist halt interessant hier, diese Dungeons. Zielebene, Geld. Oh, ja. Wir kriegen keine Meni, Geld. Pam. Plus, ja. Braucht keine Sachen. Ach, ja. Ach. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Ähm. Nein, nicht Select. Ja, retten. Ja, Zauberkraft. Vielen Dank. Alter, kann man das Texttempo nicht noch hochstellen? Oder hatte ich das schon noch? Ja, ich will raus. Donalhöhle. Ja. 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 Ja, vielen Dank für meine Belohnung. Mir ist die Belohnung. Ja. 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 man sich gleich gut und heute geben wir wieder unser bestes ist sie das ist das die basis von diesem team sieht nach gar nichts aus deprimierend ich war okay welches retterteam ist denn auch so ein ach so hat welches retterteam hat denn auch so eine bruchmude ist ja total uncool wer seid ihr oh seht mal ein briefkasten sieh nach was drin ist jetzt halt mal die luft an was glaubt ihr eigentlich was ihr da da macht treffer rettungs jobs ja ist das nicht entzückend nehmen sie alle mit halt sind für uns bestimmt also finger bei euch ist doch egal wer den job macht ist nämlich auch ein retterteam dass ihr das nur wisst allerdings führen wir absolut nichts gutes im schild halt die fresse retter willst du wissen wie es läuft als retterteam kanzler nicht so gut wie es ein weissten kann aber wir wollen mir nur eins die weltherrschaft hier gibt es auch noch team rockwärtigkeit hier bitte weltherrschaft hört ihr höre ich recht ging nicht richtig hören dann schaffen wir ordentlich zaster und stärken unsere gang die welt ist bald unser und weißt du wer wir sind das team des bösen team übel genau lassen wir bis bald ihr dumm backen es wartet mal eine sekunde und weg sind sie das über fürchterliche gesellen oh nein er ist leer sie haben einfach alles mit gehen lassen ja geil was auch immer da drin war wenn piliber jetzt erst kommt es gibt leute die sind schon verdammt dumm der war bestimmt leer und die haben nur so getan und da sage ich nur totally und was für ein glück piliber uns post gebracht können wieder pokémon retten die typen das nächste mal wenn wir sehen sollen der war man sie finde nicht zurück stahlberg okay ja stahlberg haben wir ja sowieso noch das waren das macht das mystery dann schon team rocket doch gott alter die waren leben ich frage mich wie oft wir denen ins über die mütze ziehen dürfen bestimmt oft sieben leber sind sind die abfüllen von mir aus diesem scheiß auch den brauche ich erkenne so ordentlich das lager auffüllen das haben wir denn schon ach das ist ja eine ganz andere ansicht als sonst lustig in dem nachfolgerteil ist das nicht so schön sortiert hier mit mit den zahlen daheinander sind hätten wir sechs äbtel würde jetzt hier sechs mal ein abfuhr aufgelistet sein wusste ich gar nicht mehr und das dojo von dem er gerät hat ist sinnlos ist einfach nur eine dungeon simulation von drei ebenen verschiedene pokémon typen ich weiß es ist sehr thrilling und wir kaufen zwei knudel luft jetzt ein schönes partner abflug wald jub den abflug wald was auch immer abflug wald ist können wir prüfen hier können wir gucken welche pokémon wir schon haben in blau welche wir anwärmen können in grün das ist ja nett dass es so ein service gibt hier so was gibt es am infobrett kleinhain und kleinhain wir haben hier ein paar stahlberg missionen ich würde sagen die machen wir als nächstes wir müssen jetzt mal gucken ob radfratz noch in unserem team ist radfratz ja eigentlich die paar rettenareale sind eigentlich sogar recht hübsch flussgebiet ostteichgebiet nein ich will wieder eigentlich runter hier ich will gucken ob das viel neu in meinem team ist denn ich will es raus machen es ist nicht in unserem team heißt das aber wir müssten jedes mal wenn wir ein pokémon unser team machen das holen naja das wäre jetzt nicht so dufte muss ich sagen ja ich glaube es ausführen 3 5 und 6 ok auf der ebene 5 soll orange kommen sein hoffen wir mal dass es stimmt und auf der 8 stahlberg im stahlberg da ist stahl hier man war da schlecht 130 was sind kritisch habe ich aufgepasst scheinbar ein orb was gibt es denn ach wurf orb man warum nicht mal einen nützlichen orb wurf orb das braucht er keiner keine sau braucht den wurf orb so ich wurde kurz unterbrochen wo waren wir denn grad ach wir waren dabei gegen ein paar panze zu kämpfen uh spannende kämpfe so tot ist es und es ist eine pirsifbeere in unserem weg liegen die ich eigentlich gar nicht will das war eine schlaue aktion von mir muss ich zugeben das könnte man ja eigentlich ach ist mir eigentlich egal was wir anbärmen können hauptsache wir kriegen irgendwas sinnvolles blunia stirb mein georock frock nicht potenziell der schlauste move einfach in ein pokémon reinzulaufen so dass es eine freie attacke auf einen kriegt ach komm was wollen die uns hier schon tun so weiter der stahlberg oh da haben wir was ein orange gummi ich weiß es nicht ob das das ist was wir auf ebene 5 suchen sollten aber ich verhalte es mal im momentar sollten wir auf ebene 5 keinen anderen finden sonst würde ich es jetzt gleich essen die stärkste attacke des universums nein warum drücke ich immer select ein orb flieh orb flieh orb ist ok damit kann man instant aus dem dungeon flüchten wenn es einem zu haarig wird und alle team member flüchten mit das heißt man hält die wenn man also irgendein seltenes team member rekrutieren und hat schiss davor dass es stirbt dann kann man einfach mit dem flea orb raus gehen und dann haben wir es Fussgeek PAM Fußgeek so weiter weiter geht es ich glaube drei schon ein Jahr an der zielebene äh Regnabwehre braucht niemand ja PKCH ich sehe du machst eine menge de mit deinem Rukzu-Keep. Ja, Komfort, Puff. Also, ich weiß nicht, Pikachu, ne, du könntest auch ruhig mal den Rukzu-Keep durch mich durch einsetzen, das geht nämlich. Pikachu, du übernimmst das. Ja. Warum Donnerwelle? Wah! Ich könnte ja helfen mit Geo-Proc, aber ich weiß gar nicht, ob du es inzwischen noch verdient hast. Ja, ausgewichen, richtig. Wisst ihr, manchmal bringt mich die RNG und die KI auf die Palme. Ah, natürlich. Der Klient ist natürlich genau in die andere Richtung. Wisst ihr? Sinnlos. Das ist ein zusinniges Wort, um das zu beschreiben. Ja, so ist es. Bam! Fuß-Kick. Ich würde langsam, wirklich mal, eine andere Schadens-Attacke nehmen. Eine andere als Fuß-Kick. Weil, was kann ich... Ach, das ist unser zu rettenes Viech da. Ich dachte, wir kämpfen nicht. Das scheint auch öfters zu schon passieren. Ich erkenne ein Muster. Komm doch später, bitte. Ihr Halsmaule. Du bist ein Taubsee. Du bist nichts wert. Sei froh, dass wir deinen lehmen Arsch gerettet haben. Okay, das lassen wir dort mal. Warum kriegen wir nur solche dummen Samen? Leber, wie wär's damit? Oh, shit. Oh, Mann, ist das Viech doof. Hätt es mich angegriffen, hätt es mich getuhittet. Aber so wollte es einfach nur sterben. So, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Jetzt halt, wenn wir weiter im Stahlberg questen. Oh, ja. So.